Warum? Warum sollen Sie, meine Damen und Herren, sich 24 Stunden ein Webinar ansehen? 24 Stunden, wir sind Umsatz. Das ist ganz einfach. Als ich als junger Mann im Vertrieb begonnen habe, habe ich eine Sache gesucht. Wo kann man lernen, wie man mehr Umsatz macht, mehr Provision verdient, wie man mehr Kunden gewinnen kann. Was ich erkannt habe, am besten ist es, du fragst Leute, die in der Sache schon außergewöhnlich gut sind, die Besten der Branche. Und am 21. September haben Sie die Chance, 24 Menschen, die in dem Bereich Vertrieb außergewöhnlich gut sind, von denen zu lernen, wie kann man mehr Umsatz generieren, wie kann man besser werden, mehr Erfolg haben. Und wenn Sie um 12 Uhr einschalten, dann zeige ich Ihnen um 12 Uhr ein wahres Geheimnis im Vertriebserfolg. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre Pläne, das, was Sie vorhaben, einfach umsetzen können. Und zwar umsetzen dadurch, dass Sie schaffen, mehr Selbstkompetenz aufzubauen. Ich werde Ihnen 12 Übungen zeigen, mit denen es gelingt, Ihre Umsatzkraft deutlich zu verbessern. Freuen Sie sich einfach drauf, schalten Sie sich ein. Es dient einem guten Zweck. Es ist fast kostenfrei. Und Sie erfahren die Geheimnisse von 24 außergewöhnlichen Menschen im Verkauf, wie Sie mehr Verkaufserfolg erzielen können. Schaltet sich ein. Ich freue mich auf Sie.